Schon noch nicht gesehen. Und deshalb sind die Framersheimer bei allem Unglück erleichtert, dass niemand ernsthaft verletzt wurde. Ein Wunder, meinen viele Anwohner, die Lutz-Scholzheimer. Wenn man überlegt, was da alles durch die Luft geflogen ist, dass so niemand verletzt ist, da hat man einen Schutzengel gehabt, muss man einfach sagen. Aktuell zuverlässig direkt. SWR 1 Rheinland-Pfalz. Das Tagesthema für Sie als Podcast im Netz. SWR 2 Rheinland-Pfalz. Das Tagesthema für Sie als Podcast im Netz.